Hallo Leute und es geht weiter mit American McGs Alice. Wir sind im zweiten Teil und hier ist so eine widerlich große Zunge, was auch immer das bedeuten soll. Ich glaube, ich kann da durchgehen. Aber da hinten kommt schon wieder einer. Ach ja, ich kann ja jetzt so schießen. Wah! Ja, und sie macht natürlich wieder nichts und wird hier auch direkt runtergekickt. Ich spring da mal hin. Wenn ich das kann, dann tue ich das. Kann ich da hinten lang? Nein! Aber wenigstens hat sie die Sachen noch eingesammelt. Ich werde hier aber auch voll beschossen von den Ärschen. Ich muss ihn eigentlich auch nur einmal treffen, dann läuft das. Ja, es tut mir leid, dass das Spiel schon etwas älter ist und ich deswegen das Spiel auch nicht so auf ein größeres Bild bekomme. Weil mein Aufnahmeprogramm, da kann ich leider das Bild nicht so verzerren wie manch andere, habe ich festgestellt. Manche Leute können halt einfach das Spielbild, obwohl es gar nicht so groß ist, das wirkt nur so, die verzerren das einfach. Und das kann ich mit meinem nicht so lang ziehen. Und dementsprechend gehst du dann nicht hoch. Okay. Ähm. Gehen wir hier weiter. Deswegen ist das Bild halt so mit diesem schwarzen Rand, obwohl ich das natürlich trotzdem in HD hochgerendert habe jetzt. Aber, ähm, naja. Es ist, wie es ist. Das hat nicht geklappt. Okay. Wie komme ich da jemals rüber? Ach, gar nicht. Ich soll hier rein. Hallo. Wow. Wer bist du denn? Was mache ich hier? Okay, danke. Komme ich eben so rüber. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, ich sterbe hier bald. Ist ja super aufregend hier. Voll heftig, das Spiel. Oh, da will ich aber noch hin. Gerade wenn ich so sterbe hier in die Ecke. So. Aber mich nervt das, dass die mich auch die ganze Zeit angreifen können. Das ist voll gemein. Hm. Ja, super. Boah. Wie nervig. Echt. Also kriegen die mich wenigstens nicht. Komm her. Komm her. Komm her. Mann. Jetzt hat er mich aber hier rübergebracht. Schnell weg da. Jenseits der Wand? Wie jenseits der Wand? Jetzt bin ich jenseits der Wand? Voll böse. Ich konnte gar nichts ausrichten. Wo soll ich lagen? Komme ich da jetzt her? Achso, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Da kann ich nicht lagen. Kann ich ja nur da lagen. Hallo. Komm, ich mach dich fertig. Okay, das war's mit Alice. Dü-dü-dü-dü. Das war's. Wo ist er? Komm her. Komm. Ja, aber Alice, du musst auch was machen. Oh, warum macht sie denn? Es tut mir leid. Ich drück die ganze Zeit, aber sie tut nichts. Das Problem. Wenn das sich jetzt noch durch das ganze Spiel so zieht, dann hab ich ein Problem. Weil bei den richtig starken Gegnern kann ich mir das nicht erlauben. Glaube ich. Ah. Ja. Das sammelt sie jetzt auch nicht ein. Das ist schön. Oh. Gott. Jetzt nimm das Ding doch mit. Ach Gott. Alice, so wird das aber nix. Ach, Alice. Ich glaub, du wirst nicht lange im Wunderland überleben. Geht es denn jetzt mit dem Einsammeln? Nein. Da kommt der doch schon. Wie, sie wehrt sich einfach nicht. Das gibt's doch nicht. Echt, das gibt's doch nicht. Ich versteh das nicht. Wenn da kein Gegner ist, dann macht sie das hier die ganze Zeit. Und wenn da einer kommt, dann macht sie nix. Wie doof ist das? Jetzt sind wir beide gestorben. Da sind aber auch voll viele, ne? Was soll ich denn machen? Die so langsam eher ein bisschen so rauslocken, wär gut. Ich glaub, solange das nicht... Ja. Das wird so nix. Ich such mal einfach... Scheiße. Jetzt ist das Tor hier zugegangen, oder bin ich einfach nur falsch abgebogen? Ey, es tut mir grad so leid. Ich glaub, man kann hier normalerweise so schnell durchhuschen. Aber das, was sie hier fabriziert, ne? Geht auch einfach mal da hoch. Zeit für das Chaos. Die Blutrunde sind aus. Ach so. Ich soll hier in meine Raserei. Deswegen hat das nicht so gut geklappt. Wow, jetzt aber. Ja, deswegen. Oder auch nicht. Ich glaub, selbst wenn ich in der Raserei bin, krieg ich das hier grad nicht so gut gebacken. Einfach, weil ich das Level schon starte mit so wenig Energie. Aber gut zu wissen, dass ich in die Raserei soll. So. Oh, es ist so krank. Sie sieht aus wie so ein Dämon. Oh, voll böse. Ja, sie stirbt aber auch sofort. Wie soll ich denn sowas machen? Oh, Mann. Jetzt hab ich schon ne Raserei. Jetzt klappt's doch nicht. Oder mach ich jetzt was falsch? Kannst du dich nicht mal ein bisschen schneller regenerieren? Weg, 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 weg. Äh. Ich schaff das so nicht. Leute, ich schaff das einfach nicht. Das gibt's doch nicht. Ich glaub, ich glaub, ich hab noch nie so an einer Stelle festgehangen. Wie hier. Lass mich. Wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst, dann sterb ich sofort. Der kleine mini rote Balken. Wie soll ich das schaffen? Ich brauch Energie. Es geht einfach nicht anders. Ich brauch ein Herz. So ein Ding. Super. Wisst ihr was, Leute? Ich mach jetzt mal einen Cut. Und wenn ich das jemals schaffe, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, ich hab's geschafft. Wow. Wahnsinn. Ja, ich hab irgendwann so eine Taktik einfach, äh, mir entwickelt, dass ich einfach in Bewegung immer bleibe. Und, ähm, diese Steine, die die loswerden, die heilen mich ja. Und dass ich da immer jeweils einen einsammle, sodass ich auch langsam wieder während des Kämpfens regeneriere. Und das hat ganz gut geklappt. Oh, endlich, ey. Das war ja richtig peinlich, ganz ehrlich. Da oben soll ich auch irgendwie hin. Ich weiß nur grad nicht, wie. Irgendwie tut sich hier was, wenn ich hier drauf stehe. Aber was? Hier kann ich nicht lang. Wo geht's denn hier raus? Hier geht doch so eine Dings hoch. Ist das hier, das Tor? Wenn ich mich beeile. Aber sie kommt da auch nicht durch, ne? Aber es klackt doch hier immer so merkwürdig. Das Tor da hinten ist auch zu. Hä? Kann ich das jetzt endlich einsammeln? Nein. Ich glaube, das ist das blaue Rechte, was ich hab. Und ja, komm doch runter da oben. Du Vogel. Wie geht's wieder? Gut, ich kann wieder kämpfen. Hä? Wie kommt man denn hoch? Hallo? Da diese ganzen Wächter. Leute. Muss doch irgendwo hier einen Gang geben. Hier vielleicht? Nee. Hä? Ich bin voll irritiert, Leute. Wo kann ich denn mal lang? Es klackert. Ich bilde mir das doch nicht ein. Was ist das eigentlich für ein kurioser Part? Da geht doch immer was hoch und runter. Oder? Verdamm' ich noch mal. Ich weiß es doch ganz genau. Ich werde jetzt nicht noch wieder einen Cut machen. Müssen wir hier nicht rauskommen, oder? Hallo? Alice? Ist das beknackt. Ist ja auch bescheuert von mir, hier durchzurollen. Da komm ich ja her. Aber hier... Da komm ich, komm ich... Da ist die Tür. Komm ich da nicht rein? So. Und hier jetzt durch? Oh. Warum nicht gleich, ey? Wie doof bin ich denn heute? Echt jetzt, Leute. Manchmal, ne? Stelle ich mich auch ganz schön an. So. Den Weg schaffe ich so nicht, aber so. Ja. Das hat super geklappt. Ja. Das hat auch toll geklappt. Ich kann das ganz toll, wie ihr seht. Ich brauche eine Platte hier vorne. Das schaffe ich doch nicht. Was liegt hier denn überhaupt lang? Hallo? Ich würde ganz gern hier weiterkommen. Ich würde gern da rüber. Hallo? Platte? Platte? Hä? Gerade irgendein konnte ich doch noch da langspringen. Mache ich das so? Flicke ich hier eben runter auf das braune Ding? Einfach so? Ich finde das Spiel verwirrend. Ich glaube, das soll im Wunderland auch so sein. Ich weiß gerade nicht, warum hier keine Platte kommt. Wie soll ich denn hier je abspringen? Wo soll ich denn hin? Da, jetzt kommen die. Ja. Ja, voll auf den Kopf. Ist klar. Ja. Danke. Halt dich daran fest. Toll geklappt. Sie hält sich daran einfach nicht fest. Es muss schon... Toll. Gerade gesprungen und wegfällt sie. Also es muss schon eine Platte sein, die direkt darauf fällt. Ja. Hallo. Ich kann mich auch immer wieder in den Tod stürzen. Bei Alice Madness Returns macht sie dann auch immer so... Es macht dann besonders Spaß zu sterben. Ja, ich werde dann mal hier die Nacht verbringen. Im Wirbelsturm. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Dass der Part so... Schön lange dauerte, weil ich den Kampf nicht schaffte. Oder jetzt diese Stelle, weil keine Plattform kommt, auf die ich springen könnte. Das gibt's ja wohl nicht. Ich sterbe jetzt gerade ganz mit Absicht, weil ich immer hoffe, dass jetzt mal endlich wieder die Platten geflogen kommen. Kann ich auch wieder zurückgehen? Das bringt's ja. Warum kann man denn eigentlich wieder zurück? Ah, endlich. Oh Gott, ich muss diesen Sprung endlich schaffen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Bleib da schön drauf stehen, Alice. Wir haben's endlich geschafft. Komme ich da so rüber? Ich warte, bis es sich so fertig puzzelt. So. Wir haben's fast geschafft. Juhu. Ich bin fast auf der anderen Seite. Juchey. Komm schon, Platte. Hier. Hopp. Stehen bleiben. Das schaffe ich nicht, den Sprung. Kommt da noch was? Oder... Oder what? Ja. Nein, oh Gott. Ach, Gott sei Dank. Sie hat sich endlich fest. Endlich. Oh nein, nicht so ein Ding wieder. Was soll ich machen? Ja, ist klar. Ich werd hier noch durch die Gegend geschleudert. Also, ich kann aber hochspringen und sterben, ne? Genau, ich sterbe. Ich sterbe. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich das alles nochmal machen muss, ne? Nein, ich hab nicht gespeichert. Scheiße. Boah, nee, Leute. Das könnt ihr mir nicht antun. Nee, das mach ich jetzt im nächsten Part. In der Hoffnung, dass das dann alles mal ein bisschen besser läuft. Sorry, dass es echt alles so kacki lief in diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freu mich trotzdem auf das Spiel. Bis dann.